Ja, liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen in der Traders Launch, dem Podcast von Tradern für Trader. Mein Name ist Arjen Mautz und ich bin der Gründer und Leiter der Trading Community RAT über Geld.at. Wir hatten ja mittlerweile schon einige sehr, sehr interessante Themen hier mit dabei. Das letzte war, wie tradet man Korrekturen und da befinden wir uns ja gerade jetzt momentan gerade mittendrin. Wir werden auch heute hier wieder ein bisschen plaudern, worauf also unsere Trader jetzt aktuell hier schauen, damit wir also heute hier wirklich auch ein aktuelles Thema natürlich auch hernehmen. Es wird heute ein bisschen aus dem Rahmen eines normalen Podcasts gehen, wo wir normalerweise hauptsächlich mit Audio arbeiten. Das heißt, für die heutige Folge bedienen wir uns auch erstmals ein bisschen mehr mit Charts etc., die natürlich auch sehr, sehr wichtig sind bei unserem heutigen Thema Toppics 2022, damit wir eben auch schauen können, wohin bewegen sich die Aktien, die Märkte, was auch immer wir uns hier genau anschauen werden. Ja, ich begrüße heute natürlich auch meine Gäste. Herzlichen Dank auch wieder heute fürs Teilnehmen. Wolfgang ist wieder mittendrin statt nur dabei. Grüß dich. Andreas Bernstein ist heute ferngeblieben. Unser DAX-Trader hat natürlich wenig Toppics 2022. Dafür haben wir aber heute unseren Markus Klebe mit dabei. Den haben wir bis dato noch nicht vorgestellt. Vollblut-Trader, lebt schon seit vielen Jahren von und mit der Börse, so wie wir alle selber auch als Trader und Investor tätig. Da bin ich vor allem dann auch auf seine Ausführungen gespannt, wie er den Unterschied sieht zwischen Trader und Investor. Dann natürlich wieder mit dabei, Trader-Mentor und Coach Andreas Fink. Grüß dich. Und Mike Seidel heute mit neuem Büro-Outfit. Gefällt mir ganz gut. Hallo, bist du euch. Hallöchen. Und ja, dann würde ich ja mal sagen, beginnen wir gleich einmal durch die Bank und beginnen wir vielleicht auch heute gleich einmal mit unserem lieben Markus. Also heute neu mit dabei. Trader und Investor bist du. Also bin ich mal so ein bisschen gespannt auf deine Ausführungen. Wo siehst du den Unterschied zwischen Trader und Investor? Erstmal herzlich willkommen alle. Schön, dass ich da sein darf und meine Ausführungen hier auch kundtun darf an der Stelle. Ja, Trading ist ja für mich mehr oder weniger Beruf, Berufung. Also das, was ich eigentlich tagtäglich mache. Wirklich den Markt auf kleineren Zeitebenen handeln. Bedeutet, dass ich Positionen eingehe, die da manchmal nur wenige Minuten laufen bis zu ein paar Stunden, idealerweise vielleicht auch mal zwei, drei Tage. Viel länger eigentlich nicht. Und da reden wir dann vom Trading und vom Investment. Ja, also ich bin gar nicht so der klassische Investor, wo man jetzt sagt, ja, ich suche mir jetzt die Aktien raus und halte die jetzt über Ewigkeiten. Klar habe ich auch ETFs, die ich irgendwo per Sparplan bespare. Also so ganz simpel und banal. Aber ich bin eben auch noch so im Sach-Invest-Sach-Sach-Bereich tätig. Also ich habe zum Beispiel eine ganze Menge Oldtimer und habe mal angefangen, mich auch mit Whisky zu beschäftigen. Da habe ich jetzt noch nicht ganz so viele Flaschen im Keller. Aber ich habe aktuell mehr Autos als Whisky-Flaschen, sage ich mal so. Und da ist eigentlich so ein bisschen mein Fokus drin. Und das habe ich auch wenig breit getreten bis jetzt. Aber wenn ich da vom Investor spreche, ist es eben vorrangig in solch Geschichten, vorrangig da auch alte US-Cars, habe ich eine ganze Menge. Also so was man so kennt, so ein Mustang zum Beispiel. Da habe ich mir jetzt gerade den zweiten gekauft. Und das sind sehr, sehr gute Investments, zumindest die letzten Jahre gewesen. So Sachwerte haben sich ja gerade in der Krise ganz gut bewährt. Ja, neben den Immobilien sind Sachwerte auch ganz gut gestiegen und teils sehr stabil geblieben, beziehungsweise eben auch gestiegen. Und ja, das ist jetzt so mein Investment, meine Investment-Aussicht, beziehungsweise meine Tätigkeit. Und dann habe ich natürlich eben auch nochmal die ein oder andere Aktie oder eben, wie ich schon erwähnt, auch so ganz banal den ein oder anderen ETF, den ich da in meinem Portfolio liegen habe. Ja, genau. Das sind so die kurzen Ausführungen dazu. Klingt auf alle Fälle sehr spannend. Können wir mal ein Auto-US-Cars-Treffen machen? Ich habe mir da folgendes Jahr auch was Schönes gekauft. Oh, sehr schön. Ja, gerne. Also ich hatte eh mal überlegt, so eine Tour mal zu machen. Also sind alle Trader da draußen? Ja, dass man mal so eine Europatour macht. Und dann wäre natürlich eben auch mal der Ausflug nach Österreich ganz interessant. Und da würde ich mir auf jeden Fall freuen. Gesetzesfalls die Kiste halt durch bis Österreich oder die, die man sich da dann auswählt. Das sollten wir doch schaffen. Wolfgang ist ja auch so ein bisschen ein US-Cars-Fan. Ich bin ja auch gespannt, ob er uns heute hier bei den Toppics 2022 auch so eine US-Cars-Aktie hier präsentieren wird. Bevor wir generell, ich glaube, Markus hat uns da schon eine ganz, ganz gute Idee hier mitgegeben. Bevor wir jetzt wirklich zu Toppics 2022 kommen? Wolfgang, wenn man so ein bisschen so den Gesangten, reden wir jetzt einfach nur von Investmentmark, also jetzt nicht über Beteiligungen, Immobilien, also alles, was fern von Investmentmarkt direkt ist. Wo würdest du für 2022 die größten Chancen sehen? Es gibt ja mittlerweile auch ein paar neue Geschichten. Wir haben ja in den letzten paar Jahren die Kryptowährungen auch mit dazu bekommen, Bitcoins, Ethereum. Vielleicht kannst du auch dazu ein bisschen was sagen. Solltest du zum Beispiel auch hier etwas machen? Ich weiß es nicht. Jetzt ist etwas Neues auch aufgetaucht, auch so in Richtung Assets. Ist jetzt zwar nicht börsentechnisch jetzt da, aber NFTs ist momentan zum Beispiel auch ein ganz, ganz neuer Hype, der jetzt auf dem Kryptomarkt hier quasi auch existiert. Vielleicht ist da der ein oder andere Profi mit dabei. Ich kenne es wirklich nur am Rande. Die NFTs, vielleicht können wir da auch ein paar Wörter dazu verlieren, sofern jemand ein bisschen hier was damit macht oder nicht macht. Und was mir natürlich auch eher mehr interessieren würde, ist wie du, lieber Wolfgang, die Branchen auch vor allem für 2022 siehst. Also wir hatten ja jetzt einen sehr, sehr turbulenten Start. Wachstumsmärkte und Wachstumsaktien vor allem sind aufgrund der Zinsfantasien in den USA, dass die steigen, werden jetzt ganz, ganz stark unter Beschuss gekommen. Siehst du dort auch eher mehr weiterhin die größten Chancen oder bist du da eher mehr so im defensiveren Bereich tätig mit Pharma-Werten, Versorgern oder sonst was? Aber Wolfgang, kommen wir mal zu dir. Schauen wir mal, was du generell zum Thema Branchen und allgemeine Assets hier vielleicht noch ein bisschen zu sagen hast, bevor wir zu den Topics selber kommen. Ja, wir haben ja im Alpha-Trader schon voriges Jahr uns ein bisschen ausgerichtet, auch von Aktien eher ein bisschen distanziert teilweise und Rohstoffe forciert. Wir haben über Silber gesprochen, über Gold, Palladium, Platin und das waren in der Vergangenheit jetzt auch sehr schöne Trades. Die Frage ist, wie lange der Rohstoffsektor weitergeht. Wir haben jetzt auch Themen wie Gold immer wieder gehabt. Aktuell habe ich zum Beispiel im Bereich Goldminen-Themen, die was sehr interessant sind, denke ich einmal, weil einfach diese Goldminen-Aktien so dieser Hebel auf Gold ist. Und der Ausblick natürlich jetzt für 2022, ich denke gerade ein bisschen schwieriger durch den Impact, den wir jetzt gehabt haben an die Märkte, weil jeder, der was sich wahrscheinlich vorher seine Favoriten herausgesucht hat, geht vielleicht jetzt dann eher in die Richtung und sagt, naja, sind das jetzt noch die Richtigen? Woher weiß ich, dass die Richtigen sind? Und vor allem, geht der Markt wieder nach oben? Und wann geht der Markt nach oben? Das ist vielleicht eine Frage, wie gehst du da vor, Achim? Um die kurz zurückzugeben, wir haben ja voriges Jahr, glaube ich war das auch noch im Podcast gesprochen, wir sehen eigentlich die Tendenz, der Markt könnte eher jetzt rückläufig sein. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich die Frage dann für sehr viele da draußen, jetzt habe ich vielleicht Aktien für 2022, nur wann kaufe ich sie? Ja, also meiner Meinung nach ist es halt immer als Trader generell ein bisschen, ich würde nicht sagen schwierig, aber ich glaube, wie sagt man dazu, fahrlässig zu sagen, wohin der Markt geht. Kein Mensch weiß das. Also wirklich absolut kein Mensch weiß das. Und was wir Trader eigentlich alle machen, ist, wir reagieren auf die Börse. Was jetzt in der ersten Stufe relativ schön wieder zu sehen war, das war das, was wir bereits im letzten Podcast im Dezember besprochen haben. Wir hatten da so Anfang Januar hinein gleich einmal drei, vier ganz, ganz heftige Distribution Days. Ich war in den ersten zwei Tagen des neuen Jahres mega bullish eingestellt, mein Portfolio war zu 160% voll mit Aktien. Also ich habe auch wirklich in Margin investiert, mit Hebel investiert. Und am zweiten Januar Trading Tag ist meine Investmentquote in Richtung 90% Cash gegangen. Das heißt, ich habe innerhalb von einem einzigen Tag extrem schnell reagiert, habe gesehen, hoppala, da passiert was. Der Markt hat uns also relativ klare Indizien gegeben. Und ich war dann eigentlich schon ab dem zweiten Tag im Januar, dem zweiten Handelstag im Januar, überwiegend in Cash und mir war es eigentlich ziemlich egal, was der Markt macht. Dann habe ich den Markt ein bisschen beobachtet, dann haben wir aber wichtige Unterstützungen gebrochen. Und dann haben wir den ersten Sell-Off gesehen. Was nach dem ersten Sell-Off, um jetzt ein bisschen so um das Thema hinzukommen, wie sieht man, wohin der Markt geht, sehr, sehr häufig bekommt. Und das sieht man eigentlich bei all den Korrekturen, die wir jetzt in den letzten paar Jahren gehabt haben. Nach dem ersten Sell-Off nach unten kommt es fast immer in Richtung S&P und Nasdaq zu einem Bounce in Richtung 20 EMA im Daily Chart. Das heißt 20 exponentiell gleitender Durchschnitt. Und genau diesen Bounce vor eineinhalb, zwei Wochen war das, haben wir sehr stark genutzt, um massiv short zu gehen. Wir hatten auch ein ganz, ganz kleines Risiko. Aber beim Turning Point, wenn man das sieht, der Markt beginnt zu kippen, muss man lediglich nach dem short seinen Stop ganz oben setzen. Und wir sind für ein measured move davon ausgegangen, dass wir noch einmal die gleiche Welle nach unten bekommen. Und die haben wir mehr oder weniger mit dem gestrigen Handelstag vollendet. Was wir jetzt bekommen haben, was sehr, sehr wichtig ist für den Markt, wir haben jetzt ein bisschen Panik bekommen. Panik ist immer wieder so der erste Punkt, wo die Märkte drehen könnten. Ja, den Punkt haben wir gestern gesehen. Und ich glaube auch, dass wir jetzt gute Chancen haben, wieder zum EMA 20 im Tageschart nach oben zu gehen. Also ich bin gestern sehr stark long gegangen auf die Nasdaq, habe heute jetzt nach einem kleinen Breakout jetzt in den Futures noch einmal nachgeladen mit engen Stops. Also ich riskiere da selten mehr als ein Prozent in solchen Trades. Aber wenn sie aufgehen, macht man sehr schnell fünf bis zehn Prozent. Und ob wir dann eine ganz große, massive Korrektur kriegen werden, hängt dann meines Erachtens jetzt nach dem Bounce davon ab, ob diese Tiefs, die wir jetzt gesehen haben, halten werden oder nicht. Also letzten Endes werden nicht wir als Trader die Antwort darauf geben können, ob der Markt weiterfällt oder nicht fällt. Aber eines ist vollkommen klar, wenn der Markt jetzt einen Bounce macht und jetzt zum Beispiel fünf, sechs, sieben Prozent nach oben geht, was ich mir jetzt aktuell erwarte, und dann diese Tiefs von gestern rausnimmt und wir gehen dann noch drunter, dann kann es ein kleiner Mini-Crash werden. Also dann kann es durchaus passieren, dass der Markt vielleicht wirklich 30, 35 Prozent, vielleicht sogar 40 Prozent einbricht. Also es hängt jetzt ganz davon ab, ob wir aus technischer Sicht meines Erachtens ein höheres Tief kriegen im Markt oder nicht. Und wie gesagt, es ist meine Sichtweise, aber auch sehr, sehr, sehr wichtig, Wolfgang, weil es helfen uns natürlich die gesamten Toppics absolut gar nichts. Weil wenn der gesamte Markt nach unten geht, ist eines vollkommen klar, Fundamentaldaten spielen keine Rolle mehr. Wachstum spielt keine Rolle mehr, Umsatzwachstum spielt keine Rolle mehr, relative Stärke spielt keine Rolle mehr, es wird irgendwann einmal alles verkauft. Letzten Endes auch das Tafelsilber, das ist auch etwas, was wir, Rohstoffe finde ich auch sehr geil aktuell, Silber, Gold. Aber was wir immer wieder auch gesehen haben bei sehr heftigen Korrekturen, ist, dass zum Schluss, wenn die Hedgefonds Margin Calls kriegen, Liquiditätsengpässe haben und dann wird halt Gold und Silber auch verkauft. Wie verrückt, weil sie es einfach verkaufen müssen, ob es Sinn macht oder nicht, ist natürlich eine andere Geschichte. Und ich gebe jetzt gleich einmal weiter an den Andreas. Wie siehst du die aktuelle Marktsituation, bevor wir zu möglichen Topics 2022 kommen? Worauf schaust du aktuell? Siehst du die Gefahr eines kleinen Mini-Crashes oder war das jetzt wieder nur so eine 20% Korrektur im Markt? Ich denke, wichtig ist, bevor wir jetzt in irgendwelche Einzelaktien gehen und Topics gehen, dass wir uns die Vogelperspektive mal anschauen und gucken, was ist aktuell, wo stehen wir aktuell im Wirtschaftszyklus, was machen die Notenbanken? Und ich denke, das ist gerade aktuell das mit Entscheidende, wie der Markt eben das sieht und vor allem, wie er darauf reagiert. Fett-Chef Paul hat ja ganz klar irgendwo signalisiert, dass er die Anleihenkäufe bis März runtergefahren haben möchte. Der Markt geht von der ersten Zinserhöhung im März aus. Es werden weitere Folgen. So sieht es aktuell aus. Und das sieht man auch, dass das der Markt aktuell spielt. Also ganz klar, die Leute gehen raus, die Markthernehmer gehen raus aus Tech-Werten und sehen einfach, dass wir möglicherweise, so schätze ich es ein, dass wir so ein Scheitel von einem Wirtschaftszyklus sind, weil die FED eben jetzt anfängt, die Zinsen zu straffen, die Zinsen anzuheben. Und das ist wichtig. Und dann können wir in Sektoren reinspringen oder beziehungsweise dann kann man sich die Frage stellen, okay, in so einem Wirtschaftszyklus, wenn der am Scheitel steht, was für Sektoren performen denn da out? Und da sind wir halt so, wie du es eben auch schon angesprochen hast, was da super spannend ist, ist der Rohstoffsektor, speziell der Energiesektor, der da statistisch eben outperformt und natürlich auch die Edelmetalle wie Gold und Silber. Und da ist es vor allem spannend, gerade bei Gold und Silber, dass entgegen der Erwartung eigentlich, dass da gerade in den ersten Zinsschritten oder während die ersten Zinsschritte laufen, die Performance da gerade in den letzten beiden Phasen von Zinserhöhungen positiv war in Gold und Silber. Und solange wir keinen völligen Crash sehen, also einen völligen Liquiditätsengpass, dann fällt alles. Dann ist einfach keine Nachfrage mehr im Markt. Dann geht es einfach in allen Märkten, wie wir es ja auch schon gesehen haben, nach unten. Aber wenn es jetzt so, ich sage jetzt mal, ja, sich die Korrektur noch beschleunigt, sage ich mal, aber das ist ja auch gesund nach dem, was wir bisher gesehen haben, die letzten eineinhalb Jahre. Und wenn man sich da eben im Ölmarkt, im Energiemarkt, bei Gold und Silber halt entsprechend positioniert, ist das, glaube ich, keine schlechte Idee. Sehe ich auch so. Also ich glaube, dass eigentlich die Notenbanken und auch die Staaten generell eigentlich derzeit genau das bekommen, was wir eigentlich haben wollen. Also wir haben eine extrem hohe Verschuldung weltweit. Wir haben jetzt mit Corona dazu die Blase eigentlich noch weiter aufgeblasen. Und letzten Endes der einzige Ausweg aus dieser Riesenschulenfalle ist weginflationieren. Und das schaffen die momentan eigentlich ganz gut. Und wenn die Inflation halt stark steigt, geht es mit den Rohstoffen nach oben. Gold und Silber auch im Weekly Chart momentan kurz vor einem Breakout. Öl ist ja bereits Anfang des Jahres ausgebrochen, war auch einer der besten Sektoren. Ölaktien waren eigentlich die einzigen Aktien, die wir auf Ratgeber gelten, Ride the Bull, sehr stark forciert haben Anfang des Jahres. Die haben wir alle mit Ende der folgenden Woche mit sehr gutem Zugewinnen. Wiederum verkauft. Also da bin ich auch auf dem Zug, dass ich sage, diesen Sektor sollte man definitiv auch weiter beobachten und schauen, was da auf uns zukommt. Mike, wie siehst du aktuell so den Markt? Wo glaubst du, könnte die Reise hingehen, auch branchentechnisch? Branchentechnisch würde ich gerne später nochmal dazu kommen, weil da müssen wir ein bisschen weiter ausruhen zu dem Thema. Für mich persönlich ist jetzt wichtig eine ganz, ganz andere Tatsache. Und zwar freue ich mich, dass der Andreas da auch schon ein paar Worte dazu gesagt hat. Wir laufen jetzt in eine Phase rein, die viele von den Traderinnen und Trader, die jetzt hier vielleicht auch zuschauen, zuhören. Ich habe übrigens keine Charts vorbereitet, sondern ich versuche das auch weiterhin im Podcast-Modus zu halten, dass man sich auch wenig ohne Charts da weiter behelfen kann. Aber mal grundsätzlich zur allgemeinen Situation an den Märkten momentan. Wir laufen jetzt, wir haben jetzt zum zweiten Mal nach 2008 die Chance, in eine Phase reinzulaufen, wo wir wieder in ein normales Fahrwasser von der Geldpolitik kommen. Das heißt, wir haben bis zum Jahr 2008, bis die Lehman pleite gewesen ist, prinzipiell die Notenbanken an der Stelle gehabt, wo es mehr oder weniger ausgereicht hat, über die Zinssituation an den Märkten, die Geldpolitik zu steuern. Das heißt, dort gegen die Inflation zu arbeiten. Mit der Lehman-Krise kam aber etwas dazu, wo der Markt plötzlich illiquid geworden ist. Das heißt, da waren die Notenbanken ja gezwungen, die Märkte zu stützen mit der Geldflut, die sozusagen gekommen ist. Und man hat, nachdem die Lehman-Pleite oder die Lehman-Krise mehr oder weniger abgeklungen ist, versucht, einen Zinsstraffungszyklus bzw. einen Zinserhöhungszyklus in den USA auch ordentlich in Gang zu bringen. Nur viel weit ist man damit nicht gekommen, weil dann kam Covid-19. Dann ging der Wernse-Spaß von vorne los. Das heißt, die Liquiditätsschwemme ging dort weiter. Das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast, Achim. Viele, viele Jahre waren die Märkte halt verwöhnt von viel Liquidität. Und wie der Andreas das auch gesagt hat, wir kommen jetzt meiner Meinung nach in einen Zyklus rein, der so ein bisschen wieder an die Zeiten vor Lehman Brothers sozusagen erinnert, an die Lehman Bank, dass wir viel, viel mehr Wert an der Börse auf die wirtschaftliche Entwicklung legen. Etwas unabhängiger von Geldflut der Zentralbanken. Dort wird mehr über die Zinsen gesteuert in Richtung der Inflation. Und das, was ich persönlich jetzt erwarte, und da sind wir gerade in einer sehr, sehr spannenden Phase, was ich persönlich erwarte, ist jetzt die Reaktionen des Marktes auf die aktuelle Berichtssaison. Weil für die Zukunft, wenn es die Geldbanken tatsächlich schaffen, mal in ihrer Straffung voranzukommen, Europa ist da ja noch ein ganzes Stück weit hinter der USA, weil einfach die wirtschaftliche Situation in den USA eine ganz, ganz andere ist. Und da haben wir die USA wieder als Vorreiterrolle. Und dort werden wir sehen, wie die Unternehmen auf die Zinsstraffung reagieren. Der Punkt ist halt der, dass viele Preise, gerade auch im technologielastigen Sektor, sehr, sehr stark gestiegen sind und man sehr, sehr hohe Firmenbewertungen hat. Nun ist das jetzt nicht zwangsweise etwas, wo ich drauf schaue, auf eine Firmenbewertung, wenn mir der Chart gefällt und die Firma auch tolle Ergebnisse macht, dann ist so eine Firmenbewertung häufig auch gerechtfertigt. Nur wenn jetzt die Berichtssaison an eine Stelle kommt, wo wir halt merken, dass die Firmen reihenweise die Ausblicke streichen müssen, weil sie deutlich pessimistischer sind, dann fangen halt irgendwann auch die Analysten an, sozusagen die Kursziele nach unten zu revidieren. Und da kommen wir dann in einen weiteren Abwärtszyklus. Das heißt, wenn wir uns den S&P zum Beispiel anschauen, der hat ja jetzt im Tief, gestern haben wir ja den Test unten gesehen, bei 4.200 Punkten, vom Hoch gute 13, 14 Prozent korrigiert. Das ist mehr oder weniger eine, ja, ich sage mal, normale Korrektur. 10, 15 Prozent, das wisst ihr ja selber, sind normale Korrekturen. Und da wird es jetzt von meiner Warte her sehr, sehr interessant zu sehen, zu sein, wie die Unternehmen sich aufstellen, wie die sich positionieren, wie die von ihren Erwartungen ausgehen, weil die wissen ja selbst am besten, die Unternehmenslenker, was denn mögliche Zinserhöhungen an den Märkten auch bedeuten. Und eines dürfen wir auch nicht vergessen. Die Inflation, die wir jetzt haben, ist eine andere Inflation als die, die wir früher gehabt haben. Die Inflationspreise oder die starken Anstiege, die wir jetzt haben, die sind ja durch andere Dinge verursacht worden. Denn wir haben jetzt sozusagen Engpässe in den ganzen Lieferketten. Wir hatten Rohstoffengpässe und so weiter und so fort. Wir haben eine Nachfrage gehabt, die deutlich in den Keller gegangen ist. Dadurch wurden Produktionen runtergefahren. Und dann ist plötzlich die Erhöhung, die Recovery schneller gekommen, als man das erwartet hat. Also es ist schon ein bisschen was passiert, was außergewöhnlich gewesen ist. Und das ist für mich der Punkt, wo ich jetzt in den nächsten Monaten auch sehr genau hinschauen werde von der wirtschaftlichen, von der fundamentalen Seite her. Wie gibt sich denn die Inflation? Wie sind dort die Raten weiter? Wenn wir weiter solche Steigerungsraten wie jetzt sehen, werden wir ziemlich große Probleme bekommen. Und ich glaube auch, da werden wir ein Aktienjahr zum Vergessen haben. Da werden wir keine schönen Zuwächse bekommen. Da werden wir zwischendurch immer mal kurzfristig traden können. Aber wenn die Wirtschaft wegen der Inflation kollabiert, ist das nur eine ganz normale Folge dessen, was wir hier an dieser Stelle haben. Und diese Kollabierung, die könnte dann zustande kommen, wenn sozusagen die Menschen oder die Endabnehmer der Produkte sagen, die Preise sind mir zu hoch, ich möchte oder kann das nicht mehr bezahlen, dann haben wir einen abrupten Abbruch der Nachfragekette. Und dann haben wir eine ganz andere Inflationsgeschichte beziehungsweise Wirtschaftsentwicklung. Dann fallen die Preise plötzlich wieder aufgrund gefallener Nachfrageengpässe beziehungsweise Nachfrage. Dann haben wir massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Also dann kommen wir in eine ganz andere Spirale rein. Das wird jetzt in den nächsten Monaten für mich der interessante Punkt sein, wie wir aus dieser inflationären Phase, die wir jetzt haben, wie wir dort durchkommen. Wenn wir ordentlich durchkommen, haben wir die gute Chance, sauber zu performen. Und dann haben wir auch gute Chancen, die guten Unternehmen jetzt günstig einzusammeln. Kriegen wir aber ein Problem mit der Inflation, dann dürfte das auch Auswirkungen auf die anderen Wirtschaftszweige auf den Arbeitsmarkt haben. Und dann werden wir auch ganz andere, sage ich mal, Notenbankreaktionen haben. Ja, also ich glaube auch, dass gerade die nächsten zwei Wochen jetzt extrem spannend werden. Also wir haben jetzt bis dato eigentlich so lala Ergebnisse bekommen, hauptsächlich eben von den US-Banken. Die sind ja mittlerweile mit Ausnahme von Wells Fargo, also ziemlich alle nach unten geschossen wie Hölle. Wir haben auch eine der größten Fang-Aktien Netflix, hat ja auch Zahlen geliefert. Die waren eigentlich ganz okay, aber wir wissen, die Jungs schauen einfach nur auf Subscriber-Wachstum, sprich, wie viele neue Abonnenten haben die. Die hat es mittlerweile um 50 Prozent fast zerrissen, seit den Hochs im November. Ich bin sehr gespannt übrigens, was heute Microsoft liefern wird. Und nächste Woche kommen ja dann einige Raketen, angefangen von der ehemaligen Facebook-Meta-Plattform, über Amazon, Apple, AMD, NVIDIA und Co. Also da wird sich dann schon zeigen, glaube ich, meines Erachtens, ob die Unternehmen selbst die Kraft haben, diese Korrektur zu beenden mit halbwegs guten Zahlen oder ob sich das Ganze, so wie bei Netflix, jetzt sogar noch ein bisschen weiter beschleunigt. Also sehr, sehr, sehr spannend. Da bin ich auch ganz Auge und Ohr, was also da ist in den nächsten paar Tagen auf uns zukommt. Ach, ich bin dieser Stelle ganz kurz. Bitte? Auch kurz zur Ergänzung, Achim, Apple haben wir diese Woche am Donnerstag, glaube ich. Ah, danke. Die Earnings und morgen Tesla wird wahrscheinlich auch spannend sein. Wie du gesagt hast, Microsoft mit heute. Und gestern war aber IBM gar nicht so schlecht. Ja. Also ein Urgestein oder ein Totgesagter, der zumindest einmal ähnlich wie HP, glaube ich, hat in der Vergangenheit auch jetzt wieder etwas gut performt und ist günstig bewertet. Also von dem her gesehen, möglicherweise gibt es da ja neue Heroes, die sich hier vortun. Ja. Ist übrigens, bevor ich jetzt zu Markus noch weiterschalte, etwas, was wir, was man de facto immer sagen kann, ist, die größten Renditen, und die schönsten Gewinne gibt es immer nach einer Korrektur oder von mir aus nach einem Crash, wie auch immer wir das jetzt nennen mögen. Und eine meiner Hauptaufgaben ist einfach gerade in diesen Phasen zu schauen, welche Aktien zünden da schnellstes nach oben, welche sind die neuen Market Leader. Und das können, wie Wolfgang es richtig gesagt hat, auf einmal ganz andere Unternehmensbereiche sein, andere Branchen etc. und auch eine HP, weil du es gerade auch erwähnt hast, habe ich ganz oben auch auf meiner Watchlist. Also die Jungs haben wirklich relative Stärke gezeigt, jetzt auch in den letzten paar Wochen, haben neue, höhere Hochs und höhere Tiefs gebildet, währenddem Nasdaq und Co. schon längst nach unten geschossen sind. Also das sind auch so die Aktien, weil wir jetzt gerade auch wieder beim Thema Topics 2022 sind, die mich interessieren. Also ich gebe mir alle Aktien, zum Beispiel auch gestern war so ein schöner Tag, vielleicht ein kleiner Tipp so am Rande, wo ich gesehen habe, okay, der Markt ist 5% im Minus gewesen. Was mache ich? Ich mache mir eine komplette Watchlist auf, und dann schaue ich nur, welche Aktien drehen als erstes von Rot auf Grün. Und das sind die, wo ich dann einfach weiß, das sind die Aktien, wo institutionelle Investoren beginnen, jetzt zu kaufen. Und die machen das ja nicht nur heute, sondern die haben ja einen längerfristigen Aspekt. Ein Fondsmanager geht ja nicht heute rein und morgen wieder raus. Wenn ein Fondsmanager HP kaufen will oder IBM oder Intel oder whatever, dann beginnt er langsam und sukzessive zu kaufen. Und das kann er auch nicht verstecken. Und das sind dann meistens die Leader, also die Aktien, die als erstes quasi aus der Hölle wieder rauskommen und dann anziehen. Und das ist jetzt aktuell eigentlich so auch meine Hauptaufgabe. Weil ich mache sehr wenig im Trading, mache nur Index Trading, habe einen sehr schönen Profit Faktor, beim Thema Index Trading, jetzt in den letzten zwei Wochen wieder gehabt. Mehr als 4 zu 1. Also es war schon wirklich sehr, sehr, sehr nice. Aber jetzt momentan ist auch eher die Phase, wo ich einfach so Watchlist bilde, nicht mehr und auch nicht weniger. Markus, wie siehst du die aktuelle Lage? Deine Aussicht? Andreas, bitte. Ich gebe dir kurz das Wort. Okay, danke schön. Ich finde, die Frage ist super, aber vielleicht vorneweg, weil das auch viele meiner Klienten aktuell interessiert. Was mache ich denn mit jetzt Positionen oder wenn ich noch Positionen im Portfolio habe, was mache ich damit? Wie sichere ich die ab? Soll ich die jetzt noch absichern? Oder bevor wir jetzt an das Nachkaufen kommen oder an die Korrekturen kaufen kommen, wie geht ihr denn damit aktuell um? Habt ihr noch Positionen? Beziehungsweise was würdet ihr denen sagen oder einen Tipp weitergeben, die jetzt in der Situation sind? Haben die Tech-Werte, die Korrekturen alle jetzt gesehen? Meinetwegen haben die noch, oder die haben meinetwegen noch Positionen. Was kann man denen mit auf den Weg geben an Tipps? Vielleicht greife ich da gleich ein an dem Punkt. Grundsätzlich gehe ich ja immer davon aus, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dass man sich ja vorher Gedanken macht, dass natürlich auch mal eine Aktie korrigieren kann. Und da sollte man sich vorher immer schon den Plan machen und nicht wild irgendwie was kaufen, weil es irgendwo gestanden hat oder weil es in irgendeiner Headline war. Ah, die Aktie ist toll, die musst du kaufen. Man sollte sich ja von vornherein einen Plan machen. Und von daher ist die Frage am Nachhinein eigentlich immer, da weiß man schon, okay, irgendwas lief da schon vorher schief. Und eigentlich kann man ja jetzt nicht sagen, du pass auf, du solltest diese Aktie verkaufen jetzt, weil die ist jetzt irgendwie nach unten gefallen, weil ich weiß ja nicht, wie der Plan von demjenigen war. Ist es ein Investmentcharakter? Will man die über die nächsten zehn Jahre halten? Naja, dann definitiv nicht verkaufen, sondern vielleicht nachkaufen. Ist es allerdings wirklich ein Trade, der jenseits von dem ist, wo man vom Risiko schon hätte längst mal rausgehen müssen, Reißleine ziehen? Ja, also da gibt es ja verschiedenste Szenarien, die sich da abspielen. Da kann man ja nie eine pauschale Antwort geben. Und von daher muss man da eben wirklich ins Detail gehen und schauen, okay, ist da ein Fehler passiert, weil jetzt eben Einzelaktien vielleicht starke Minus sind oder ist es völlig im Plan und von daher vielleicht gar nicht so schlimm. Frage ist auch, wie stark ist das Depot diversifiziert, vielleicht auch branchenübergreifend und so weiter und so weiter. Kann es natürlich sein, dass die Schwankungen vielleicht auch gerade im Technologie-Sektor da dann doch mal ein bisschen größer sind. Und wenn man da eben stark drauf geschaut hat, dann kann es natürlich auch prozentual mal ein bisschen stärker in den Keller gehen. Das ist so meine grobe Antwort darauf, ohne dass man jetzt da sehr, sehr stark ins Detail geht. Ich will vielleicht noch mal in Richtung Branchen oder was interessiert mich beziehungsweise wie sehe ich den Markt? Also ich kann erst mal alles unterschreiben, auch gerade was die Inflationsentwicklung betrifft jetzt aktuell und was das geldpolitische Handeln der Zentralbanken betrifft, ist natürlich sehr, sehr spannend. Morgen beziehungsweise dann eben auch nächste Woche dann, was kommt von der EZB? Christine Lagarde hatte signalisiert, dass sie erst mal dieses Jahr keine Zinsen anheben will, aber der Markt geht ja doch irgendwo mal so ein bisschen davon aus, dass auch die EU wenigstens mal so eine Nuance nachzieht oder irgendwie hinterherläuft. Und da bin ich immer derjenige, der dann auch ein bisschen stärker auf Währungen zum Beispiel schaut. Da bin ich sehr stark fokussiert auf den Euro-Ester oder aktuell. Der hat zum Ende des vergangenen Jahres erst mal zumindest irgendwo wirklich die Bremse hingelegt, nachdem er irgendwie über Monate wirklich abwärts tendierend war. Kamen zwischendurch immer mal so ein bisschen, so ein paar Moves nach oben kamen schon mal. Jetzt kommt er noch mal gerade so ein Stück weit nach unten und hier wird es wirklich spannend. Für mich und somit da können wir auch nachher gerne noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Ansonsten jetzt, wie gesagt, von den Aussichten her, ein Punkt vielleicht noch, der noch nicht angesprochen wurde, ist Russland-Ukraine-Krise. Ist auch ein Punkt, den darf man nicht aus den Augen lassen, wenn es da wirklich zur Sache geht. Dann sollte das auch erst mal Auswirkungen auf den Markt haben, je nachdem, wie es zur Sache geht. Vielleicht in Anführungsstrichen nur kurzfristig, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, der die Welt betrifft und der auch Eskalation nach sich ziehen kann. Man sieht es, die USA ist da schon stark involviert, EU-E. Ich meine, man kann da fast hinspucken. Das ist nicht weit weg. Da liegt zwischen Deutschland und der Ukraine liegt lediglich Polen. Also da muss man eben, das ist schon ein Punkt, der für uns wichtig ist und auch weltwirtschaftlich wichtig ist und der am Ende dann eben auch Auswirkungen haben kann. Und das sollte man auch mal mit einem Augenwinkel so ein bisschen mit betrachten und kann ein Grund sein, warum eben auch nochmal wirklich die aktuellen Abwärtsbewegungen auch nach unten dann nochmal beschleunigt werden können, in meinen Augen. Also sollte man auf jeden Fall noch ein bisschen immer mit so, ja, fokussieren. Genau. Also was wir schon nochmal generell sagen können, aktuell ist, wir können nicht sagen, ob die Toppicks, die wir jetzt vielleicht hier ein bisschen vorbereitet haben, ob die Toppicks 2022 auch wirklich die Toppicks 2022 sind, weil einfach extrem viel vom Gesamtmarkt abhängen wird. Also sprich, macht der Gesamtmarkt nochmal eine Ladung weiter nach unten, wird man fast so ziemlich alle Toppicks über den Jordan schmeißen können. Wenn wir aber vielleicht mit gestern mit diesen Paniktiefen, das Volumen war ja auch sehr schön und sehr heftig, wir haben gestern Panik bekommen, das war sehr nice zu sehen. Also wenn der Markt halbwegs weiterläuft, würde ich sagen, haben wir vielleicht die Tiefs gesehen, aber wir haben jetzt auch schon gehört, es gibt sehr, sehr viele Baustellen da draußen, die jederzeit den Markt auch wieder beeinflussen können. Und ich glaube, wie gesagt, das Tief von gestern wird also hier eine maßgebliche Rolle spielen. Und wenn wir das verletzen, dann kann es wirklich sehr, sehr, sehr eklig werden, wenn wir das Tief von gestern halten und jetzt vielleicht so ein bisschen kurzfristig ein höheres Tief bilden, können wir vielleicht hier auch auf unsere Toppicks 2022 ein bisschen aufbauen. Wir haben ja jetzt quasi auch schon eine halbe Stunde so ein bisschen mit dem Rundumblick verbracht und das ist meines Erachtens auch sehr, sehr wichtig gewesen, denn wir sind auch nicht diejenigen, die jetzt so einen Letter raushauen und sagen, hey, das sind die zehn Toppicks da draußen, müsst ihr alle kaufen, sondern man sieht schon, das hat mit sehr, sehr vielen anderen Sachen auch hier zu tun. Aber ich bin jetzt einmal, gehen wir rüber zu Wolfgang, sehr gespannt, welche Branchen oder welche Toppicks 2022 du da so ein bisschen für uns vorbereitet hast. Ja, im Prinzip von der Vorbereitung her, ich orientiere mich da immer wieder oder habe mich jetzt neu orientiert da wieder an relative Stärke-Ranglisten und schauen wir da an, welche Aktien sind stark, welche Aktien waren schwach und sind bei den schwachen Aktien zum Beispiel Qualitätstitel dabei. die an interessante Stellen kommen oder wo ich mir denke, okay, aus Investorsicht, da möchte ich jetzt einmal einkaufen und dann gibt es vielleicht nachher noch die Trading-Sicht, wo ich dann eher auch die aktuellen Leader nehmen würde, die was jetzt vielleicht der Rücksetzer machen oder auch auf Branchen und Sektoren setzen, die halt jetzt wirklich gespielt werden, weil wir einfach nicht wissen, geht das so weiter oder schlagt das um. Interessant finde ich definitiv auch das Thema. Im Normalfall haben wir ja so das erste halbe Jahr oder vielleicht sogar bis in den September rein immer so Small- und Mid-Caps, die besser performen als wie die Blue Chips und Ende des Jahres wechselt das Ganze dann oft einmal. Und gerade in dem Sektor, auch in Deutschland, sind viele Titel wie Sartorius oder Nemeczek, Carl Zeiss und so weiter stark abgestraft worden, die normalerweise jetzt gut performen. Bei dem Titel denke ich mittlerweile, dass wir da auf Niveaus kommen werden, wo es gute Chancen geben wird, wo man überproportional wieder profitieren wird, weil einfach auch dieser saisonale Effekt, denke ich, noch gezogen wird. Okay. Wie gesagt, meine Sicht der Dinge, Topics 2022, würde ich sagen, reiche ich jetzt einfach einmal ein bisschen nach. Also ich habe ein paar Werte für euch vorbereitet, schauen wir uns dann ein bisschen später an. Aber auch bei mir ist es so, dass ich jetzt grundsätzlich eigentlich immer wieder sage, dass gerade Small- und Mid-Caps natürlich super interessant sind, weil das die Aktien sind, wenn der Markt funktioniert, die natürlich sehr, sehr viel machen können. Ich habe jetzt aber zum Beispiel auch bei den Topics 2022 überhaupt keinen Small-Cap momentan dabei. Aus einem ganz einfachen Grund, weil der Russell 2000 momentan wirklich tot ist. Also der war tot und jetzt ist er wirklich noch töter. Und solange der Russell 2000 mir keinen ganz eindeutigen Signale dafür gibt, hey, ich möchte wieder drehen und das Risikokapital kommt wieder in den Markt hinein, sind für mich zum Beispiel aktuell Brennstoffzellenaktien ein absoluter No-Go. No-Go für, ich kaufe jetzt ein und halte ein paar Monate. Man kann vielleicht Brennstoffzellenaktien durchaus kaufen für ein paar Tage, für einen Pullback, für einen Bounce oder whatever. Aber solange generell der Russell 2000, wo jetzt sehr, sehr viele Small-Caps auch eben drinnen sind oder eigentlich nur Small-Caps drinnen sind, derart schlecht performt, muss man natürlich auch schon ein bisschen sagen, sind gerade diese sehr spekulativen Sektoren, viele Biotechnologieunternehmen zum Beispiel sind auch im Russell 2000 drinnen. Und man sieht auch, wie Biotechs momentan nur geschlachtet werden ohne Ende. Also die IBBs, mein Lieblings-ETF, den ich auch immer wieder anschaue, ist momentan komplett auch out of play. Und das sind so Sachen, die können wieder kommen, aber dazu brauchen wir Signale. Nur jetzt aktuell, wie gesagt, Mitte Januar, haben wir da eigentlich gar keine Ansatzpunkte anzunehmen, und dass sich das so schnell jetzt auch wieder erholt. Mike, hast du ein paar Werte vorbereitet oder ein paar Branchen, wo du sagst, das sind meine Tipp-Topics, wenn der Markt, wie gesagt, vorausgesetzt, wenn der Markt wieder halbwegs funktioniert? Ja, also natürlich habe ich eine Watchlist, die ich permanent auf der Uhr habe. Und vom, ich sage mal mal, für die Zuhörerinnen und Zuhörer oder die, die jetzt auch das Video leicht schauen beziehungsweise dann in der Aufzeichnung sehen. Ich habe einen relativ aktiven Trading-Stil. Das heißt, ich bin jemand, der ist schon regelmäßig an den Märkten, also auch jeden Tag. Aber meine Trades hätten auch überhaupt kein Problem damit, wenn ich mal eine Woche oder zwei Wochen nur mit dem Handy unterwegs bin. Und so habe ich mein Business aufgebaut, mein Trading-Business. Und so komme ich seit vielen Jahren sehr, sehr gut zurecht. Und deswegen habe ich eine Watchlist mit Titeln, wo ich auf die fundamentale Seite schaue. Und dann ein paar Filtereinstellungen, die mir jetzt sozusagen auch sagen, wann wird es für mich Zeit zum Kaufen und zum Verkaufen. Da das relativ wenig Zeit bedingt, ist für mich der nächste Prozess, der zu schauen, wie ich das gesagt habe, wir fahren ja jetzt oder ich fahre jetzt absolut auf Sicht schon seit geraumer Zeit. Und was ich in den letzten Monaten immer relativ gut hinbekommen habe, ist, dass ich extreme Verkäufe zu einem kurzfristigen Einstieg genutzt habe. Das ließ sich sehr, sehr schön auf Indexbasis machen. Zum Beispiel auch sehr, sehr schön mit dem kleinen Future auf den S&P 500 mit dem MES. Das hat gut funktioniert und genauso läuft das auch bei den Aktien. Und dazu kommt jetzt noch das Thema Branchen-Screen. Das heißt, ich habe jetzt keinen Titel, wo ich sagen kann, das ist die Aktie, die wir jetzt kaufen müssen, weil dann haben wir im Jahresende den Top-Performer überhaupt da. Sowas gab es bei mir noch nie. Das ist immer Glück. Das waren bei mir letztes Jahr zum Beispiel Nvidia und Tesla, die wirklich extrem gut performt haben. Nur das weißt du ja am Jahresanfang nie. Das heißt, jetzt der Weg ist für mich zu sagen, die aktiven Titel, die ich nicht auf meiner Watchlist habe, über die Branchenlisten zu suchen. Das heißt, was ich hier tue, ist, ich schaue dort auf die Branchenlisten drauf und schaue hin, wo das Geld hinfließt. Wenn ich da mal ganz kurz schaue auf die aktuellen Screening-Ergebnisse, da sehe ich zumindest auf Monatsbasis, wenn ich mir mal da die 11 US-Branchen anschaue, zwei Branchen, die auf Monatsbasis sein Plus stehen haben. Das ist zum einen Energy und zum anderen Consumer Defensive. Diese beiden Sektoren, das sind für mich diese beiden, wo ich sehe, jetzt geht unter anderem noch etwas. Im Bereich Energy bin ich auch im Future-Bereich unterwegs gewesen. Dort trade ich beispielsweise relativ aktiv in den Trends auf Öl. Lässt sich auch sehr gut machen. Auch mit den Micro Futures, also MCL, das Kürzel, lässt sich sehr, sehr schön machen, um auch mit kleineren Portfolien diesen Markt zu traden. Auch mit relativ wenig Zeit. Und das ist der Weg, den ich jetzt so gehe. Also Ausnahmesituationen suchen und dann so einen Rückschnapper zu nutzen. Und wenn ich dann sehe, der Markt ist jetzt mal nach oben gegangen, dann gehe ich rein. Und ich habe auf meiner Watchlist zum Beispiel, die ich hier hatte, habe ich gestern auch ein paar Ausreise gehabt. Da hatte ich eine Amazon mit 4% plus, eine Dominospizza mit 5% plus, eine Du, das ist Recreation of Vehicles, mit 6% plus. Das sind so Werte, die habe ich da auf der Uhr. Und wenn ich sehe, dass wir jetzt einen Tag haben, wo es dann Wiederholungen gibt, dass sich das aufbaut, dann bin ich bereit, auch Trades einzugehen. Wenn das Eintagsfliegen sind, brauche ich nichts zu machen. Also da ist sozusagen ein relativ entspanntes Umgehen momentan. Und wenn wir allerdings sehen, dass die Indizes jetzt nach oben laufen, wieder stärker ansteigen, dann werden wir auch mehr Kaufsignale bekommen. Und das ist dann das, wo ich dann wirklich reinpicke und mir die Branchenlieder raussuche, weil oft ist es so, dass bei den Branchen, die dann zuerst wieder zugegriffen haben, weil die die besten Produkte und die besten Margen haben und die anderen Dinge, die nicht steigen, will ich gar nicht haben. Weil wir haben jetzt auch eine Phase und das ist auch eines der Dinge, die viele private Trader immer wieder machen, die versuchen, die Gewinner der letzten Hoss jetzt billig zu kaufen. Und es ist so, da kann man sich die Charts anschauen, wie man will. Wenn die Gewinner der letzten Hoss keine Unternehmen sind, die einen starken Burggraben haben, dann hat man oft ziemlich schlechte Karten, wenn man den alten Gewinner wieder versucht zu kaufen, weil die kommen oft nicht wieder richtig hoch. Es sei denn, das Unternehmen hat wirklich einen richtig hohen Burggraben, wie zum Beispiel eine Apple, wie eine Microsoft, wie eine Amazon oder wie auch eine Nvidia. Das sind Unternehmen, die haben Produkte, die kann man nicht so einfach nachmachen. Das sind Burggraben. Und die kommen dann auch, weil die Wirtschaft die dann braucht. Also das sind so die Dinge, die habe ich jetzt sozusagen im Kopf bei der Suche nach Werten. Machen, mache ich im Endeffekt auch absolut exakt gleich. Also immer wieder auch schauen, das ist auch das Thema, das wir letztens auch besprochen haben, Sektorrotation, welche Sektoren sind die stärksten? Und ich schaue dann eigentlich hauptsächlich nur noch darauf, welche Unternehmen geben am meisten Gas in diesen Sektoren, welche korrigieren auch am wenigsten? Also ich habe jetzt zum Beispiel Öl- und Gassektor, wie gesagt, das war der Sektor, den ich auch selber gehandelt habe, aber über Aktien, über Öl- und Gasaktien. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Devon Energy, die haben wir getradet, die habe ich nach wie vor ganz oben auf meiner Top Watchlist, eine Pioneer Natural Resources. Wenn ihr das Kürzel haben wollt, das wäre Paula Xavadora, auch eine von den Top Performern, hat auch gestern in den Pullback hinein den Breakout sehr schön gehalten. Also man sieht, der Chart funktioniert nach wie vor ganz gut. Oder auch eine Wett, die nennt sich Wermillion Energy, die hat im letzten Monat sogar 50% am Wert zugelegt. Kürzlich ist Viktor, Emil, Theodor. Auch gestern mit einem sehr, sehr schönen Bounce in den 20-Tage-Durchschnitt hinein. Das sind auch so für mich so die Favorites. Und ich habe dann meistens auch, wenn ich mir den Sektor anschaue, nicht mehr als wie zwei oder drei Werte. Die suche ich mir dann aus nach relativer Stärke. Und vor allem auch, was für mich sehr wichtig ist, dass ich in Korrekturphasen, so wie jetzt auch in den letzten zwei, drei Tagen, wo die Öl-Aktien auch zurückgehen, schaue, wie weit gehen mir diese Aktien zurück? Das heißt, halten die auch die Performance oder gehen die ganz, ganz tief zurück? Und damit kann man sich selber auch mehr oder weniger, und danke auch für den Hinweis, Mike, schon selber so ein bisschen seine Top-Performer heraussuchen. Welcher Sektor ist stark? Welche reagieren sehr schnell nach oben, wenn der Markt anzieht? Welche verlieren ein bisschen weniger als die anderen, wenn der Markt nach unten geht? Und um so quasi meine Topics 2020 ein bisschen abzuschließen, also ich halte nach wie vor auch den Halbleiter-Sektor für extremst interessant, aber auch dort hat sich jetzt in den letzten paar Tagen ganz, ganz deutlich die Spreu vom Weizen getrennt. Also viele haben sich lange Zeit gehalten, aber jetzt kabumm nach unten. Was sich aber nach wie vor sehr, sehr gut gehalten hat, sind zwei Semiconductor-Aktien, die ich ganz, ganz oben habe auf meiner Watchlist. Die eine ist Qualcomm, Kürzel, Q, also Quelle, Cäsar, Otto, Marta. Und die hat sich wirklich sehr, sehr bravourös gehalten und die zweite Halbleiter-Aktie ist die Silicon Motion mit dem Kürzel S-I-M-O. Die liefern auch übrigens dann morgen Quartalsergebnisse und dann werden wir erst sehen, ob sich diese relative Stärke auch weiterhin beibehält. Aber das sind schon wirklich sehr eindrucksvolle Geräte, wo man merkt, dass der Gesamtmarkt wirklich so zusammenbricht und die halten nach wie vor größtenteils noch immer ihre Stärke. Und wenn die noch dazu jetzt halbwegs Quartalsergebnisse haben, dann kann das schon eine ganz, ganz interessante Geschichte werden. Ja, Markus, du hast auch ein bisschen was für uns vorbereitet. Was sind deine Topics 2022? Grundsätzlich muss ich hier vielleicht nochmal ganz kurz ausholen, wonach ich schaue. Also es ist sehr, sehr interessant, was ihr macht. Aber alles ja immer so ein bisschen schon auch in den Long Run hinein. Also wirklich, wo es für mich schon eindeutig Swing Trading heißt, dann also selbst, wenn es vielleicht nur so ein paar Wochen sind, wo ihr dann sagt, okay, da will ich vielleicht die Aktie halten, wie ich schon eingangs sagte. Bei mir ist es ja doch schon mehr in Richtung Trading gehen. Also ich schaue auch im Aktienbereich, wenn ich da unterwegs bin, gerne auch vorbörslich, wenn es jetzt eben heißt, okay, wir haben jetzt gerade wieder Earnings Season, also Quartalsergebnisse. Ob es schon vorbörslich irgendwelche Signale gibt, weil schon zum Beispiel die Quartalsergebnisse herausgekommen sind, dass sich eine Aktie erstmal schon mal vorbörslich prozentual zum Beispiel stark bewegt. Stichwort Volatilität, also Bewegung. Ich suche mir eben grundsätzlich erstmal immer Aktien raus, die sich eben vom Kern her bewegen. Schaue dann natürlich auch, haben die sich vorher schon irgendwie auch stark bewegt? Wie haben die sich bewegt, wenn sie mal starke Bewegungen zeigten? Und schnappe mir die dann wirklich im Trading, schaue, stehen die dann mit einem vielleicht irgendwo Volatilitätssprung durch einen Gap oder so, vielleicht oberhalb oder unterhalb, dann wichtiger Unterstützung oder Widerstände oder bauen die dann eben mit dem Start des Trading-Tages eventuell vielleicht erstmal eine kleine Range aus, die man per Breakout handeln kann oder irgendwie sowas. Also suchen wir dann Signale in den Aktien, nachdem ich die nochmal mir angeschaut habe und trade die dann einfach und gehe hier ganz knallhart und simpel einfach nur auf Bewegung. Also man geht oder ich gehe dann davon aus, wenn vorbörslich als Beispiel da irgendwie fünf oder zehn Prozent oder mehr sich eine Aktie bewegt, dass die sich dann eben auch in der Kernhandelszeit Volatil bewegt und versuche dann teils Long wie Short mit verschiedensten Produkten im Endeffekt dann die Aktien zu handeln. Das passiert jetzt nicht. Also ich handele nicht jeden Tag zehn Aktien um Gottes Willen. Da kommt es vielleicht in der Woche dazu, dass ich mal so zwei Titel vielleicht dann irgendwie am Ende wirklich nehme, die ich dann auch wirklich handle, weil dann eben so ein paar Faktoren noch wichtig sind. Und im vergangenen Jahr war es grundsätzlich unabhängig der Earnings eben mit Tesla, die sich aufgrund dessen, dass sie in jeder Headline fast jeden Tag stand, Elon Musk, der war ständig mit irgendeinem Statement da, der hat quasi Donald Trump mit dem Twittern abgelöst so ungefähr und hat somit natürlich auch der Aktie immer wieder zu stärkeren Moves verholfen. Und das war natürlich sehr, sehr interessant, wenn man sich die Tesla-Aktie mal anschaut, ist die nach wie vor relativ volatil und bewegt sich da teilweise eben 10, 20, 30 Dollar pro Tag, was natürlich sehr, sehr interessant ist und da dann eben auch mit kleinem Risiko wirklich sehr, 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 sehr schöne Chancen möglich sind und da geht es dann dahin, dass ich dann die Werte wirklich so zwei, drei Tage eben mitunter dann auch mal halte, wenn ich gut reinkomme und eben dann wirklich so ein Trade anfängt, wirklich für mich zu laufen, habe ich dann auch übergeordnete Ziele und habe dann eben dadurch auch vergangenes Jahr mal ganz gute Trades hinlegen können und genau so mache ich es auch. Somit gibt es sicherlich sehr, sehr viele interessante Titel dieses Jahr. Ich habe nach wie vor eine Tesla, jetzt hatte ich kürzlich meine Pfizer, gestern war Apple, sehr, sehr interessant. Die ist eben auch mit einer schönen Turnaround-Situation gestern gekommen und eben nachdem sie auch erst mal mit einem Gap nach unten eröffnete, nochmal leicht die Tiefs und dann auch schön nach oben drehte und ein schönes Signal für mich persönlich lieferte. Das war gestern so ein Beispiel und ich weiß nicht, was heute kommt, was morgen kommt. Wie gesagt, Apple gibt nochmal Quartalsergebnisse, wie du schon sagst. Netflix kam schon und da gibt es eben auch so ein paar Schwergewichte. Liquidität ist mir noch wichtig, also die müssen eben wirklich, da muss ordentlich Volumen drin sein, dass man da nicht irgendwelche riesen Spreads hat und von daher gibt es da nicht so viele Titel, sondern die Faktoren, die, nach denen ich da screene und ich denke, das ist auch einfach verständlich. Im Endeffekt ist jetzt nicht keine Raketenwissenschaft sozusagen, sondern relativ simpel aufgesetzt. Aber es ist schon nochmal wichtig, so generell, und das sehen wir, jeder hat so einen gewissen Prozess, wie er zu seinen möglichen Topics 2022 kommt und wir sehen auch schon, dass es hier weniger um wirklich einzelne Namen geht, sondern eher um den Prozess, wie kommen wir hin zu den möglichen Topics. Tesla übrigens auch, hatte ich Ende folgenden Jahres, das war am 28. Dezember, da habe ich mir so eine 20% Position gekauft, weil die Bullenflagge wirklich sehr gut ausgesehen hat. Dann gab es dieses Gap heraus aus der Range, wunderschöner Breakout, habe dann aufgemöbelt auf 40%, war super schön im Plus, aber ich war noch mehr davon begeistert, dass ich den Stopp bei 1,130 gesetzt habe und rechtzeitig mit all meinen Positionen rausgekommen ist. Also da sieht man auch, dass selbst die besten, der besten Breakouts, wenn der Markt nicht mitspielt, einfach komplett in den Sand gesetzt werden. Auch zum Thema, was ich, wo ich jetzt auch nur ganz kurz anschließen möchte, bevor wir dann den Andreas ein bisschen länger da noch ranlassen, die letzten 10 Minuten, immer wieder mache ich, schaue mir die Earnings natürlich an. Ich habe euch jetzt übrigens auch in den Chat hier hinein eine wunderschöne Seite gegeben, der stockmarketwatch.com, da seht ihr übrigens auch die Pre-Market-Gewinner und die Pre-Market-Loser. Was ich dort eigentlich immer wieder mache, ich schaue einfach nur, welche Aktien gehen durch die Decke, Pre-Market, also vorbörslich und haben zumindest ein Volumen von ein paar tausend Stück, weil da gibt es auch immer wieder ein paar Fehltrades von 100 oder 5 Stück, also die könnt ihr wegschmeißen, sondern da seht ihr auch, Pre-Market, da bewegt sich was mit viel Volumen. Hatten wir vorige Woche auch bei Las Vegas Sands, ist auch auf meine Gap-Award-Schlies gekommen, bildet aktuell im Tagesschart ein sehr, sehr schönes Cup-and-Handle, hat sich auch in den letzten 5 Tagen sehr, sehr schön relativ stark vom Markt abgekoppelt. Also das sind auch so Aktien, die kommen bei mir sehr, sehr gerne auf die Watchlist und die Grundvoraussetzung dafür ist viel Volumen bei einem starken Gap nach oben und das Gap muss irgendeine Range brechen, einen Abwärtstrend, eine Seitwärtsbase oder sonst was und das sind dann schon auch wirklich meistens so die Aktien, die kommen bei mir auf die Beobachtungsliste und es kann sein, dass ich die gleich kaufe oder erst ein paar Wochen später, wenn wir halt irgendwann einmal eine schöne Formation bekommen, in eine Second Base oder eine schöne Flagge oder sonst wie etwas. Also auch sehr, sehr wichtig immer wieder dieser Prozess, wie kommt man also da zu seinen Aktien und zu seinen Beobachtungslisten. Vielleicht ganz kurz, wenn ich nochmal ganz kurz eingreifen darf, ich hatte ja vorhin nochmal kurz erwähnt, dass ich ja auch im Währungsbereich unterwegs bin. Ich wohne jetzt weit auszuholen, aber mein Lieblingswährungspaar und das Währungspaar vieler wahrscheinlich, der Euro-US-Dollar. Da wird es jetzt wirklich spannend in meinen Augen. Wir sind jetzt gerade, da kam, ihr habt das vielleicht gehört, zwischendurch auch mal so ein Alarm. Wir sind jetzt in eine übergeordnet wichtige Unterstützung reingelaufen, die wir schon im Dezember letzten Jahres dann angefangen haben aufzubauen. Das ist der Bereich, um die Marke so 1,12,70, Pi mal Daumen. Da wird es jetzt spannend, wie der Markt mit den Tiefs umgeht. Wenn die Tiefs gekauft werden und wir dann auf kleineren Ebenen anfangen, eine Sequenz steigender Hoch, steigender Tiefs auszubauen, kann ich es mir gut vorstellen, dass wir die Jahreshochs in Richtung 1,14, fast 1,15 wieder anfangen anzugreifen. Da hätte man eine schöne Chance nach oben aus dem aktuellen Bereich unter 1,13, die man wirklich mit teils extrem kleinen Risiken fahren kann und man hat wirklich eine sehr, sehr schöne Chance und hängt natürlich an den Zentralbanken, aber wie gesagt, wir sind jetzt da drin, morgen Abend wird es da spannend und nächste Woche, also da könnt ihr mal so ein bisschen den Bereich im Auge behalten. Wenn der nachhaltig verkauft wird, denke ich, dann holen wir auf jeden Fall die Tiefs nochmal raus. Ist jetzt sehr, sehr wichtig. So mein Favorit für die nächsten Wochen. Andreas, deine Topics 2022. Mich interessiert ja vor allem auch, wie du momentan Gold siehst, weil Gold ist ja momentan auf einer sehr, sehr wichtigen, markanten Marke im Wochenchart angekommen. Also ich glaube, wenn da ein Breakout stattfindet mit einem schönen Wochenschlusskurs drüber, könnt ihr das auch ordentlich fetzen, oder? Ich denke, ja. Aber mal ganz generell gesprochen, ich denke halt immer in Szenarien. Und so wie ich es vorhin angesprochen habe schon, wenn wir ein weiteres Risk-Off-Szenario sehen, an den Märkten. Das heißt, aus den Aktienmärkten fließt Liquidität raus, fließt Kapital raus. Das ist aber dann immer die nächste Frage, wo fließt es denn hin? Und typischerweise an so Scheitelpunkten im Wirtschaftszyklus fließt es halt nun mal in Rohstoffe beziehungsweise in Energiemärkte. Oder auch dann später, und das müsste man auch beobachten, ob es im Anleihenmarkt nicht da auch zu einem, möglicherweise zu einem Short-Squeeze kommen kann, weil da eben vermehrt Kapital reinfließt, weil es eben einen sicheren Hafen sucht. Und das wird man beobachten müssen. Aber wenn dieses Szenario stattfindet, wir sehen eine größere Korrektur an diesen Aktienmärkten, Liquidität fließt da raus. Und wo fließt sie hin? Ja, dann sehe ich da auch da als Gold als sicheren Hafen natürlich als mit erste Adresse und deswegen gehe ich da auch von der Outperformance von Gold oder auch Silber aus. Gezielt, wo man dann besser, am besten einsteigt. Du handelst gerne Breakouts, ich handel gerne aus der Korrektur raus. Vielleicht sehen wir noch mal so einen richtigen Panikmoment an den Märkten, wo auch Gold nochmal zurückkommt und nochmal mit einem Fake Breakout oder mit einem Voice Breakout irgendwie die Stopps abfischt und dann so richtig nach oben durchstartet für die nächsten Wochen. Da muss man sich ein bisschen auf die Lauer legen, aber auch da wiederum mit Szenarien arbeiten. Wenn ein Breakout passiert, handel ich den Breakout oder handel ich den Pullback? Oder wenn es nochmal nach unten geht, was mache ich dann? Wo setze ich da irgendwo Kauf oder das rein? Beziehungsweise was habe ich für Einstiegsmethoden? Ich finde da den Bereich 1785 bis 1800 als ersten Bereich, wo wir dann nochmal zurücklaufen sollten im Gold. Finde ich da als ganz interessanten Einstiegspunkt. Merk, du wolltest noch was zu ergänzen? Ja, ich möchte nochmal ganz kurz, weil ich glaube, das ist interessant für alle, was der Andreas auch angesprochen hat, von der Art und Weise des Tradings erstmal aus den Korrekturen heraus. Das macht Sinn. Aber die zweite Sache, die er genannt hat mit dem Thema auch der Wirtschaftszyklen, Wer das längere Zeit beobachtet, wird feststellen, dass, wie der Andreas schon gesagt hat, dass gegen Ende von Zyklen nicht selten das Thema der Anleihen, wo Geld hineinfließt, da erhofft man sich Sicherheit, nicht zwangsweise Performance, weil auch bei den Anleihen gibt es ja momentan keine Renditen. Es sei denn, man betrachtet eine 1,8% im Zehnjahresbereich als Rendite. Gerne, ich mache das nicht, aber es sind halt sichere Häfen, wenn man die Staatsanleihen kauft. Und der zweite Punkt ist, wenn das Geld dann vermehrt in Rohstoffe fließt, weil das das Letzte ist, was performt, dann ist es nicht selten so, dass die Rohstoffe dann den Knall bringt. Das heißt, wenn die Rohstoffe zu teuer werden, ist das genau der Punkt, wo die Wirtschaft dann irgendwann diese Preise nicht mehr bezahlen kann, die Preise erhöhen muss. Und dann fängt die Negativspirale an, die ich vorhin schon beschrieben habe. Und das ist das, worauf wir jetzt ganz genau achten sollten. Kann sich denn die Wirtschaft diese stark gestiegenen Rohstoffpreise weiterhin leisten? Und das sieht man jetzt nicht nur an den Rohstoffkursen, sondern das sieht man auch an Wirtschaftsdaten. Wenn man die Wirtschaftsberichte hört, wo die Firmenlenker befragt werden, das ist das eine. Aber auch zum Beispiel Häuser bauen. Wie sind denn die Anträge auf Baugenehmigung und so weiter und so fort. Und wenn man dort merkt, auf Grundlage der teuren Preise gehen dort auch die Nachfrage zurück. Das sind dann so Punkte, wo so ein Tropfen in den anderen reinkommt und man merkt, jetzt könnte es doch eine längere Korrektur geben. Hätte ich auch so. Ja, ein paar Minütchen haben wir noch. Ganz kurz noch abschließend, Achim, zu dem Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Cash ist ja auch eine Position. Also gerade, wenn man davon ausgeht, dass wir vielleicht noch mal eine größere Korrektur sehen an den Märkten, trotz Inflation und allem hin und her, aber auch kurzfristig, also wenn ich jetzt mal auf Sicht von zwei, drei, vier Monaten denke, warum auch nicht mal eine Cash-Position aufbauen, um eben dann die liquiden Mittel zu haben, um aus der Korrektur raus attraktive Aktien, attraktive Werte, wie auch immer, auch aufsammeln zu können. Ich muss ja erst mal auch Liquidität haben und Liquidität aufbauen und dann wieder neu reingehen zu können in den Markt. Das ist ja auch etwas, weil ich betreue ja auch einige Börsenbriefe und immer wieder sehr schön zu sehen, wenn man sieht Portfolio und da ist nichts drin. Bis vorige Woche waren zumindest noch Öl-ETFs drinnen. Jetzt hatten wir auf zwei Wochen Nasdaq-Shorts, so eine 10, 20-Prozent-Position und da haben wir gestern auf Nasdaq-Long gedreht. Aber ansonsten alles nur in Cash. Das ist natürlich super cool, weil man sitzt da absolut relaxed, man schaut sich die Panik an den Märkten an, die Aktien gehen 5, 6, 7 Prozent runter und man denkt, naja, jetzt warten wir halt einfach nochmal Intraday auf ein höheres Tief und wenn man dann ein kleines Kaufsignal bekommt, dann kann man so ein bisschen was mitnehmen und das ist schon immens wichtig. Also man muss auch wirklich begreifen, dass man halt nicht zu jeder Marktzeitpunkt investiert sein muss und mir persönlich wäre es auch komplett egal, drei Monate lang in Cash zu sein, denn eines ist mir vollkommen klar, wenn die Korrektur oder ein Mini-Crash vorbei ist, dann winchen die höchsten Renditen und wenn ich dann genügend Liquidität habe, um einsteigen zu können, hey, who cares, dann bin ich halt zwei, drei Monate aus dem Markt raus und dann gehe ich halt Vollgas wieder rein. Ja, kurz vielleicht jeder noch eine Minute, Wolfgang, trotzdem, ich möchte von dir so zwei, drei Unternehmen haben, wo du jetzt aktuell sagst, die werden zumindest aus aktuellen Punkten heraus vielleicht für dich attraktiv in diesem Jahr. Kann sich ja ändern. Attraktiv definitiv im Ölsektor, wie wir gesprochen haben, wenn wir uns Europa anschauen, Rolledagel ist definitiv was Attraktives für mich. Was, wo ich noch ein bisschen im Woggel bin, aber im Endeffekt denke, dass es ein Thema wird, ist einfach der ganze Reisesektor. Also sprich ja wieder in die Richtung gehend Airbus, MTU, eine Reihe eher zum Beispiel als Billigflieger, die als erstes wieder durchstarten. Da war es vielleicht noch gar nicht das Thema mit den Reiseziele, aber im personellen Bereich Omikron und Co. können die nachher dementsprechend dort auch wirklich das Personal gerade stellen. Das ist noch so ein bisschen, aber sonst denke ich mal im Reisebereich, wie man, du hast Las Vegas Sends gehabt, glaube ich, Las Vegas Sends, da gibt es Neuausschreibungen, glaube ich, in Makao bezüglich einer Casino-Lizenz und so weiter. Aber auch das Gleiche wieder, wenn das Reisen in der Form wieder funktioniert, die Leute werden in die Hotels gehen, die Leute werden dort spielen, genauso wie sie im Teil mit die Fluglienen hin müssen. Und was ich mir da auch denke in dem Bereich, was da auf meiner Watchlist auch ganz oben mit dabei ist, ist zum Beispiel ein Booking. Also Booking ist auch wieder eine Sache, wo ich mir denke, das ist einfach diese große Reiseplattform, da werden sie die Leute drauf bewegen und das sind auch so Themen, da könnte was passieren, die habe ich ganz vorn mit dabei. Was vielleicht interessant ist, wir haben das Thema NFT vorher gehabt, ich habe auf meiner Watchlist davor immer wieder die Nike mit dabei gehabt, die ein Unternehmen gekauft hat, das heißt, glaube ich, ausgesprochen so auf die Art Artefaktstudios und die machen sowas wie virtuelle Sneakers, die man sich dann auch in echt ausliefern kann. Also sprich, Nike ist eigentlich so ein bisschen ein Player, den man sich für das Metaverse gerade nicht so vorstellen könnte vielleicht, aber gerade bei diesen Unternehmen, die so Kleidung und so machen, die sind natürlich für diese virtuellen Welten prävestiniert so für, nennen wir es einmal wie im Gaming-Sektor, In-App-Käufe. Vielleicht auch eine ganz interessante Sache, kann man sich auch anschauen und Nike selber ist aus meiner Sicht ein ganz vernünftig fundamental aufgestelltes Unternehmen, auf das man auch wieder schauen kann, das jetzt wird auch ein bisschen geprügelt worden ist. hat auch gestern einen sehr schönen Outside-Reversal gehabt, gegenüber der Marke von 145. Übrigens, Booking gefällt mir auch besser als Airbnb, hat auch ein bisschen mehr relative Stärke gezeigt als Airbnb, also da wäre ich auch eher bei Booking und gerade bei den Airlines. Vielleicht nur so ein kleiner Tipp für euch, da gibt es einen sehr coolen ETF, den schaue ich mir auch immer wieder an, das sind die Jets, schreibt man auch wirklich so, J-E-T-S, ist ein super ETF, den man einfach so für Sektorstärke, Sektorschwäche anschauen kann und wenn die Jets zum Beispiel mal einen Breakout machen, kann man sich zum Beispiel auch kurzfristig mal Aktien wie United Airlines, American Airlines und wie sie alle heißen, dann eben auch kurzfristig anschauen. Mike, die entlocke ich auch noch zwei, drei Namen. Sehr, sehr gerne, das ist ja kein Problem. kann ich ganz kurz noch? Ganz kurz, weil es möglicherweise eine spannende Idee sein kann. Es gibt ja diesen sagenumwobenen ARC-ETF im Prinzip von der Katie Woods auch immer in den Medien. Jetzt sind natürlich da viele Unternehmen drinnen, gerade aus dem Tech-Sektor, die ja sehr geprügelt wurden. Wenn man jetzt am Bound spielen will oder in die Richtung sagt, okay, die kommen alle wieder, da sind natürlich teilweise welche drinnen, wo man jetzt eigentlich sagen, so Hochkauf-Unternehmen, die wollen wir nicht. Aber wenn man in die Richtung hin überspülen will, kann man sich natürlich auch diesen ETF anschauen und den auf der Langseite einmal für kurze Zeit nehmen. Was hat der für einen Kürzel? Das habe ich, muss ich schauen. Oder vielleicht schreibst du es einfach noch in den Chat rein. Ja, ich schreibe es noch rein, ich habe es vorbereitet, aber das machen wir schon. Wäre sehr nett. So, Mike, deine zwei, drei Top-Werte. Ja, also die Liste, ich habe ja ein paar auf der Liste stehen, die auch interessant sind und gerade die Werte, wo ich jetzt schon schaue, ob wir gute Umkehrsignale bekommen, da gucke ich mir übrigens auch den Wochenchart an. Also für all diejenigen, die jetzt hier mitschreiben und das nur hören, wir zeigen ja keine Charts, für mich aktuell sehr, sehr interessant ist das Kürzel D3 mal O. Das ist, wie ich schon gesagt habe, ich vorhin gesagt, für Recreational Vehicles, sind gestern 6% gestiegen, auch unter gutem Volumen und haben auf einem sehr, sehr interessanten Level im Wochenchart um die 73-Dollar-Marker aufgesetzt. Das ist Nummer 1. Nummer 2, was ich auf der Uhr habe, ist die Meli. Das ist eine Aktie, die ist ähnlich wie in Amazon, bloß in Südamerika unterwegs. Auch die momentan auf einem sehr, sehr schönen Level aufgesetzt, wo es durchaus kurzfristig nach oben gehen könnte. Unten die 960 haben gehalten, die haben schon öfter gehalten. Sehr, sehr interessante Aktie an dieser Stelle. Eine Aktie, die mir auch relativ gut gefällt für die Watchlist, wo ich allerdings noch nicht zu einem richtig guten Trade gekommen bin. Also ich habe einfach die Signallage noch nicht gehabt, dass die Harley-Davidson, die Hawk, die hat sich ja jetzt auch in Richtung Elektromobilität bei den Motorrädern aufgestellt, da eine eigene Firma zugegründet, die ist gestern auch mit fast 5% nach oben gegangen. Volumen war jetzt nicht so der Knaller, aber da auch ein schönes Level, in dem wir bereits schon häufig waren, die Marke zwischen 30 und 33, 34 Dollar. Die hatte auch im Jahr 2019 schon ab und zu mal Bewandtes am Markt. Mal interessant, was dort passiert, auch für die Zukunft. und dann vielleicht eine Aktie, die viele für langweilig und total defensiv halten, das ist die Aktie von Dropdown Gamble, die hält sich von den ganzen Abverkäufen relativ fern, die ja stand jetzt im Low bei 156 und im Hoch bei 165, also geht so mit der Sache, hat gestern nicht den Knaller gehabt, war auch 1,3% im Minus, aber das ist eine Aktie, wenn die aus dieser relativ flachen Korrektur da oben bezogen auf den Wochentrend nach oben ausbricht, könnte das durchaus auch etwas sein, was man sich kurzfristig mal auf die Watch Schlüsse vom Breakout legen könnte. Da wird ja auch sicherlich Colgate Palm Relief sehr gut gefallen, also die schaut auch im Wochenschart absolut Bombe aus und bildet auch momentan ein sehr, sehr schönes Cup and Handle, haben wir auch seit gestern neu mit auf der Watch, sehr, sehr schöner Chart, sehr defensiver Wert, Risk relativ klein, muss nur über 85, 86 mit richtig ordentlich viel Volumen ausbrechen, dann könnte da vielleicht auch immer was kommen. Markus, zwei, drei Werte vielleicht noch von dir, bin gespannt. Also ich hatte auch in meinen Streams schon im vergangenen Jahr, da gebe ich dem Wolfgang völlig recht, die ganze Reisebranche, die ja wirklich noch ziemlich am Boden liegt. Wenn man da mal schaut, was ich da eben mir ganz gerne anschaute, waren die ganzen Cruise-Gesellschaften, Norwegian Cruise Line oder eben Royal Caribbean, das sind eben Unternehmen, wenn man da mal schaut, die eben vor Corona-Hochs hatten, die sind noch ein Stück weit weg von den aktuellen Kursen, beziehungsweise eben auch die Fluggesellschaften, American Airlines zum Beispiel, wäre da eine, die eben auch noch ziemlich verprügelt dasteht. Und wäre auch noch so ein Titel, den man sich da mal anschauen kann, wenn es da Breakouts gibt, die in meinen Augen mit kleinem Risiko ganz gut handelbar sind und noch eine attraktive Chance bieten. Und eins vielleicht noch, was ich auch grundsätzlich ganz gerne handle, wobei man da wirklich arg vorsichtig sein muss, ist generell die Volatilität. War zum Beispiel gestern eben auch wieder sowas, was ich dort ganz gut gehandelt habe. Allerdings, da muss man wirklich stark aufpassen. Die kann man grundsätzlich long wie short handeln, aber wie gesagt, da muss man aufpassen, gerade wenn man die short geht, da kann es auch wirklich mal der Markt richtig wegbrechen. Und da ist es allerdings interessant für dieses Handelsjahr, wenn wir so volatil bleiben, dann ist es eben schön, hat man schöne Schwankungen Nord- wie südlicher Natur und das ist auch noch ein Markt, wo ich im vergangenen Jahr schon viel gemacht habe und jetzt auch durchaus vielleicht dieses Jahr immer mal den einen oder anderen Gedanken fahre, kann man unter anderem auch mit ETFs handeln. Andreas, bei dir werden Sie ja die Rohstoffwerte sein, oder? Ja, zwangsläufig, ja genau. Also im Endeffekt, wie schon erwähnt, Kreuz kann man sich auf die Lauer legen. Im Öl kann man Kollekturen kaufen, meiner Ansicht nach, Terminkurve zeigt immer noch ganz klar, dass da immens Nachfrage im Markt ist. Was das angeht, zum Beispiel auch sich im Währungsbereich vielleicht mal die norwegische Krone anschauen. Also wir haben in Russland jetzt da durch die politischen Unruhen einen massiven Abverkauf gesehen seit Jahresanfang. Ich glaube, die letzten Monate haben wir im Aktienindex über 30 Prozent korrigiert. Das heißt da ganz klar, das große Geld will da aktuell nicht so wirklich investiert sein. Russland sehr rohstofflastig, auch der Rubel sehr stark an den Ölpreis geknüpft. Jetzt haben wir einen starken Ölpreis. Wenn da Kapital rausfließt, wo fließt es denn hin? Ja, oder vielleicht vermeintlich nach Norwegen, in die norwegische Krone. Also das könnte man sich mal anschauen, ob das vielleicht ein Trade wäre für die nächsten Wochen und Monate, dass wir da stärker sehen. Und ansonsten was ganz anderes mal, was noch gar nicht angesprochen worden ist. Letztes Jahr haben ja die Emerging Markets unglaublich outperformt. Wir haben im Gegensatz zu den US-Märkten da keine gute Performance gesehen und ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt gerade wenn die US-Märkte seitwärts korrigieren, dass wir da auch Kapitalfrisse hinsehen, dass da vermehrt in die Emerging Markets wieder auf die Emerging Markets gesetzt wird. Also das kann ich mir vorstellen für die nächsten für Q1 und Q2 in 2022. Gibt es übrigens auch einen sehr schönen ETF, den man da in den USA beobachten kann. Da hat das Kürzel Emil Emil Marza, also EEM. Sieht auch im Wochenchart absolut Bombe aus. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Konsolidierung und immer wieder, wenn die Dinge aus der Konsolidierung quasi mal rauskommen, dann bilden sich da wirklich sehr, sehr schöne neue Trends. Also gefällt mir auch ganz, ganz, ganz gut. Ja, vielleicht noch last but not least meine kleinen Favorites. Also ich bin nach wie vor so ein Fan hauptsächlich eben, wie gesagt, vom Chip-Sektor. Man muss auch sagen, die Chip-Aktien haben sich nach wie vor noch immer fast am besten gehalten, haben auch momentan so fast das größte Wachstum. Ich habe schon zwei Werte erwähnt, Qualcomm und Silicon Motion und eventuell kann man sich da auch noch eine Marvel mit dazugeben, mit dem Kürzel MRVL. Auch das eine absolute Bombenaktie. Die war halt jetzt, wenn man sich so auch die Wochencharts anschaut, schon relativ weit im Zyklus, war halt auch schon relativ weit weg von 50 Wochen Durchschnitt und ich glaube, dass wir hier wirklich eine gesunde Korrektur auch sehen, Chart-technisch und kurstechnisch und meistens ist es so, dass diese Aktien, die halt dann auch ein bisschen härter korrigieren, damit unter vier bis acht Wochen brauchen, um eine Base zu bilden und dann aus dieser Base wieder auszubrechen, aber Marvel ist definitiv weiterhin ganz oben auf meiner Watchlist und last but not least vielleicht noch einen Wert, der sich auch fundamental extrem gut entwickelt hat in den letzten paar Quartalen und auch die Fantasie in Richtung E-Mobilität auch derzeit bei vielen, vielen Investoren jetzt momentan wirklich läuft, das ist Ford, also Ford wirklich ein unglaublich guter Chart, Daily Chart, Weekly Chart, war jetzt auch, wenn man sich den Wochenchart anschaut, ein bisschen weit weg von 50-Wochen-Durchschnitt, relativ spät im Zyklus, dass wir da halt auch einmal eine etwas heftigere Korrektur kriegen könnten, das war fast zu erwarten, wir haben es eher mehr im kurzfristigen Swing-Trading-Bereich getradet, Dezember, Anfang Januar, aber ich glaube auch da, wenn wir dann in den nächsten vier bis acht Wochen eine schöne Base bilden und dann aus dieser Base vielleicht ausbrechen, also Ford ist für mich auch, glaube ich, nicht nur von der Story her, sondern auch fundamental so ein kleiner Geheimtipp da draußen, würde ich mir auf alle Fälle auch anschauen. Ja, wir haben heute ein bisschen überzogen, aber wie immer, in einer Talk-Runde, also wir könnten ja noch stundenlang plaudern, ja, kennen wir ja und wir machen ja nachher meistens immer so einen Nachgang, wo wir sagen, wir hätten gerne noch zwei, drei Stunden drüber plaudern können. Ja, ich hoffe, dass die Zuschauer heute wieder einiges mitnehmen konnten und vor allem auch gesehen haben, dass wir jetzt nicht unbedingt die Trader sind, die sagen, hey, wir haben für euch die Mega-Top-Pics und nur die gehen, sondern es kann sich wirklich von einer Woche auf die nächste Woche ändern, von einem Monat aufs nächste. Sehr, sehr wichtig, wenn wir das jetzt nochmal in Zusammenhang bringen, ist Thema Gesamtmarkt. Nur wenn der funktioniert, funktionieren dann auch mögliche Top-Pics. Und auch, was Andreas zum Beispiel richtig gesagt hat, ja, ich liebe Breakout-Trading, aber nur dann, wenn der Markt funktioniert. Wer also jetzt in der aktuellen Marktsituation Breakouts tradet, dem wünsche ich wirklich sehr viel Spaß, denn der ist quasi, das Portfolio, das geht dann relativ schnell unter den Füßen weg. Ja, also momentan bin ich auch ein absoluter Fan von Gegentrend-Trading, also gerade Outside-Reversals, Fehlsignale in den Indizes, nach oben, nach unten, das läuft momentan, Megabombe. Und da muss man halt auch in gewissen Marktphasen seine Strategien halt komplett ändern. Und das ist gerade jetzt momentan nach wie vor eben der Fall. Ja, nächster Podcast werden wir dann im Februar machen. Wir werden uns wieder ein paar nette, schöne Gedanken machen, welche Themen wir anreisen werden. Würde mich natürlich auch von euch freuen, wenn ihr uns vielleicht das ein oder andere Feedback gebt und auch sagt, wir werden das natürlich dann auch bei YouTube wieder hochladen, vielleicht dann einfach im YouTube-Channel dann wieder sagen, okay, was würde euch interessieren, welche Themen, wir hatten ja schon relativ viel, Risk-Management, Money-Management, vielleicht gehen wir dann auch in gewisse Strategien hinein, wie kann man perfekt einen Breakout traden oder einen Outside-Reversal oder Gegentrends und so weiter. Es gibt so viele schöne Themen und sind natürlich auch, was Vorschläge angeht, definitiv offen. Ja, lieber Wolfgang, dir auch nochmal danke fürs Dabeisein. Alpha Trader läuft soweit, ich gesehen habe, wirklich sehr, sehr gut. Congrats dazu. Danke auch für dein Erscheinen auch heute wieder. Willst du gerne, vielleicht so zum Abschluss noch ganz kurz. Ja. Bis zum nächsten Mal zum Nachdenken für den einen oder anderen. Ich habe das auch immer wieder mal gemacht. Wie viel Geld hätte oder hat man sich gespart, dass man vielleicht einmal nicht im Markt war? Sehr viel, sehr viel. Auch einer der Mitgründe, warum ich das Ganze mache. Also ich kriege jeden Tag auch eine Mail rein und die Leute bedanken sich einfach nur, weil sie nicht investiert sind. Etwas ganz Komisches. Man hat eine Trading-Plattform oder Trading-Community und man investiert nicht und alle sind zufrieden. Das ist etwas sehr Komisches, aber gerade in Zeiten mit diesen sehr wertvoll. Mike, bin gespannt, auch bei dir, wie es weitergeht. Hast, glaube ich, die letzten zwei, drei Wochen gut überstanden und wirst jetzt wahrscheinlich auch kurzfristig vielleicht ein bisschen auf die Long-Seite gegangen sein, schätze ich mal. Noch nicht ganz. Der Bounce zurück, der kam nur kurz. Das ist noch keine Bestätigung, aber sobald wir über die Hochs von gestern gehen bei den IECs, bin ich ratzfatz wieder long dabei. Sehr flott. Dann im Indexbereich über die Futures und dann die Aktien dazu. Das packe ich immer so. Das war gut. Gute Performance, hat bei mir ein Portfolio Öl gebracht. Die habe ich gekauft, geölt den Future bei 73, 30, 40 in etwa in dem Drehraum. Gestern erste Position, oder gestern glattgestellt zunächst kurzfristig bei 84, 20. Also das war mal, ja, eine schöne Story für den Jahresanfang und den Rest lasse ich einfach auf mich zukommen. Viel Cash ist da, Cash ist bei mir momentan king und sobald die Märkte wieder Signale kommen, wir sind dabei, in Sekunden in den Markt reinzugehen, wir kleinen Trader. Wir können das machen und das sind unsere Riesenvorteile und die können wir nutzen. Genau, so ist es. Danke, also wie gesagt, auch nochmal für dein dabei sein. Markus Lebe. Für das Feedback möchte ich nochmal kurz Danke sagen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Zoom. Die Latte ist voll mit Danke. Da würde ich auch nochmal sagen, danke für die Offenheit, dass da auch was zurückkommt und nicht nur zugeschaut wird. Das ist auch immer sehr, sehr schön für uns, ja, Leute, die hier dabei sind und ihnen ein bisschen was erzählen, dass da auch ein bisschen was zurückkommt. Dann danke, Daumen hoch, danke dafür. Sehr nice. Ja, Markus, ich glaube, von dir werden wir auch noch ein paar neue Ideen bekommen. Podcastmäßig bin ich sehr, sehr gespannt. Von dir haben wir ja noch nichts gehört über deine Trainingstrategien und so weiter. Bin sehr gespannt, was da auch dieses Jahr noch auf uns zukommt und ja, vielen Dank auch fürs Dabeisein deinerseits. Gerne, gerne. Ja, wahrscheinlich ein bisschen anders als ihr alle so, aber das macht es ja auch interessant, Tag ein, Tag aus da am Markt zu sein und ja, teils ein bisschen kurzfristiger tendierend, das stimmt schon. Ja, mal gucken, was wir dann machen so in Zukunft. Freue mich. Sehr gerne. Ja, und Andreas, ich bin vor allem sehr, sehr gespannt, wie es bei Gold und Silber weitergeht. Also momentan bin ich auch zum ersten Mal seit Langem so ein bisschen long in the brain, um es einmal so auszudrücken. Habe aber auch, muss ich offen und ehrlich zugeben, ein bisschen was von meinem Kapital generell geparkt in Gold und Silber. Also ich habe etliche Gold-Bahnen und auch Silber-Bahnen wirklich gelagert, aber es ist eher mehr so ein bisschen so nicht um Rendite zu machen, sondern da geht es mir einfach eher mehr um das Kapital ein bisschen zu streuen auf verschiedene Assets. Also da ist nicht der Rendite-Gedanke dabei. Aber ich bin sehr gespannt, wie es da auch weitergehen wird in den Rohstoffmarkt. Ich auch, ja. Und lass uns das einfach die nächsten Wochen weiterverfolgen. Werden wir machen. Ich bedanke mich auch an allen Zusehern und Zuhörern, dass sie so lange mit dabei geblieben sind. Das ist super, top. Und ja, freue mich auf die nächsten Podcasts. Werden wir machen. Liebe Leute, Schluss für heute. Wir wünschen euch weiterhin gute Trades da draußen. Bleibt weiterhin vorsichtig, gerade jetzt momentan, was den Markt angeht. Und nächste Podcast auf alle Fälle wieder im Februar. Und auch ich bedanke mich recht herzlich auch heute wieder fürs Dabeisein. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag, eine schöne Trading-Woche. Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.